Kinderpakt ist das spezialisierte Kinder-Palliativ-Care-Team für Hamburg. Wir kümmern uns um Familien mit lebenslimitiert erkrankten Kindern. Wir möchten, dass Familien trotz der Erkrankung zu Hause leben können, dass sie weiterhin ihren Alltag organisieren und eine Familie bleiben können. Zu Hause leben, das heißt mit Geschwistern zusammen sein können, Lebensqualität erfahren und Zusammenhalt spüren. Alltag organisieren, das heißt eine Arbeit nachgehen, weitere Kinder erziehen, ein soziales Leben pflegen. Unser Fachteam entlastet durch 24 Stunden Bereitschaft für Notfälle und unterstützt beim Netzwerkaufbau der palliativen Versorgung. Familie bleiben, das heißt sich mit der bevorstehenden Herausforderung klar auseinandersetzen zu können. Darum versorgen wir, wo der familiäre Lebensmittelpunkt liegt. Zu Hause. Für stark belastete Familien in Notfällen sogar rund um die Uhr. Wir schaffen Perspektiven. So wie unser Symbol, die Pusteblume. Sie steht für Leichtigkeit und Unbeschwertheit. Und zugleich für den Kreislauf des Lebens und die Wiederkehr. Kinderpakt unterstützt durch ganz konkrete Leistungen. Durch medizinische und pflegerische Hausbesuche. Durch Krisenintervention und für Palliativ- und Schmerztherapie. Durch häusliche Anleitung und Beratung. Durch Symptomkontrolle und Symptombehandlung. Durch psychologische Unterstützung. Durch spezialisierte Therapien. Durch Sozialberatung in finanziellen, rechtlichen und Versorgungsfragen. Sowie durch 24 Stunden Rufbereitschaft für Notfälle. Kinderpakt Hamburg ist nicht nur für das Stadtgebiet von Hamburg zuständig. Im Süden sind wir vertreten in den Kreisen Stade, Harburg und Lüneburg. In Schleswig-Holstein entlang der Stadtreihe zwischen Glückstadt im Westen und Großgrönau im Osten. Wie kommt eine Aufnahme bei Kinderpakt zustande? Die Aufnahme kann über diverse Institutionen und Personen erfolgen. Sie wenden sich an Kinderpakt und wir leiten die formalen Schritte ein. Das sogenannte Muster 63 wird ausgefüllt. Die Grundlage für den Antrag auf Kostenübernahme bei der Krankenkasse. Und den Start der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung. Wer arbeitet bei und mit Kinderpakt? Fachkinderärzte, spezialisierte Kinderkrankenpflegekräfte, Spezialisten für ergänzende Therapieformen, aber auch Verwaltungskräfte. Extern arbeiten wir mit Ärzten, Kliniken, Ambulanzen, Pflegediensten und den regional tätigen ambulanten Kinderhospizdiensten partnerschaftlich eng zusammen. Wir koordinieren ein individuell angepasstes Netzwerk zum Wohle der betroffenen Familien. Kinderpakt leistet eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Denn Palliativmedizin ist nicht gleichbedeutend mit dem Lebensende. Deswegen ist uns wichtig, dass die frühe Integration von palliativen Handeln als Goldstandard etabliert wird. Umso früher, desto besser. Untertitelung des ZDF für funk, 2017